In der DDR sind bei einem schweren Zugunglück acht Menschen umgekommen und 28 zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. In Lauchhammer im Bezirk Cottbus war ein Linienbus in dichtem Nebel an einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst und 60 Meter weit mitgeschleift worden. Die nächste heute Sendung um 17 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Damit melden wir uns pünktlich am Dienstag zu einer neuen Computer Corner. Hier ist ja ganz schön was los bei uns heute im Studio. Prima. Viele von euch haben sicher auch die rasante Entwicklung auf dem Personal Computer Markt verfolgt. Also früher war das in der Preisklasse wirklich nicht möglich. Heute haben die PCs technische Möglichkeiten, die man vor ein paar Jahren nur von Großrechnern erwarten konnte. Wir haben euch im letzten Jahr, vielleicht erinnert ihr euch noch, den 520ST von Atari vorgestellt. Heute zeigen wir euch das neue Wunderwerk der Firma Commodore, den Amiga. Und obwohl wir uns dafür wirklich Zeit lassen, heute die ganze Computer Corner eigentlich unter dem Zeichen des Amigas steht, können wir euch nur einen Bruchteil der Möglichkeiten überhaupt zeigen. Und damit gebe ich gleich ab an die Info-Ecke. Ja, vielen Dank, Biggie. Wir haben hier zu Gast den Herrn Christoph Bonnkirch von der Firma Commodore. Sie haben uns Ihr Prachtstück, den Amiga, mitgebracht. Und was kann man denn jetzt mal, eine ganz simple Frage, was kann man denn mit dem Amiga machen? Ja, der Amiga ist ein Personal Computer, der vor allen Dingen seine Möglichkeiten hat im Bereich der Grafik, im Bereich des Tons und natürlich auch auf den ganzen anderen Gebieten, wo also auch die anderen Personal Computer beheimatet sind. Und wichtig am Amiga ist, dass er eine rein grafische Benutzeroberfläche hat. Das heißt, der Benutzer arbeitet auf einer grafischen Ebene mit dem Rechner, auf einer sehr einfachen bildlichen Ebene. Das Gerät wird vor allen Dingen gesteuert durch hier diese Maus, die es also auf den Tisch hin und her schieben kann und durch die beiden Knöpfe verschiedene Funktionen auslösen kann. Am besten, man guckt sich das mal an in einem Programm. Wir haben hier das Programm Deluxe Paint. Dieses Programm arbeitet sehr intensiv mit der Maus. Ich kann also mit der Maus zeichnen. So, wir haben hier also erstmal die Menüs, die von der Kopfzahl herunter angewählt werden können. Das ist wie bei einer Speisekarte, Sie rufen das alles ab. Sozusagen, wie bei einer Speisekarte. Wir haben also hier einfach mit der Maus die verschiedenen Sachen anwählen. Hier haben wir ein fertiges Bild. Das ist in dem Fall so eine Landschaft mit einem Bach drin. Naja, Bach, Wasserfallmeer. Ja, Wasserfallmeer. Und den kann man auch wirklich in Bewegung setzen. Den kann man natürlich in Bewegung setzen. Und zwar einfach, indem ich Teile der Farbpalette, unten rechts im Bild sieht man das auch, rotieren lasse, gegeneinander austausche. Ersteht also der Effekt einer Bewegung. Jetzt kann man mit einer Lupe ein Bildausschnitt sich nehmen und ein bisschen Schnee auf den Berg machen. Die Lupe nehmen wir wieder weg. Also rechts war eben der Bildausschnitt, ne? Den Schnee auf den Berg. So. Und ein bisschen Herbststimmung vielleicht machen. Man kann also die Palette der Farben ändern. Ich nehme zum Beispiel das Grün von den Bäumen hier. Und schiebe dann mal ein bisschen mehr Rot dazu. Und schon haben wir die Bäume schön herbstlich braun. Das ist ja toll. Kann man quasi getrennt auch die Farben verarbeiten. Jede Farbe kann ich also einzeln ändern, so wie ich das haben möchte. So. Ich kann in leere Szenen, wie zum Beispiel diese hier, Sachen reinsetzen. Dazu habe ich die Möglichkeit, mir meinen Pinsel, mit dem ich male, frei zu definieren. Ich kann zum Beispiel einen Pinsel jetzt laden hier. Zum Beispiel den Baum, einen Weihnachtsbaum. Er sieht ja mehr aus wie... So. Da haben wir den. Jetzt können wir den hinsetzen, wo wir den hin haben wollen. Nehmen wir zum Beispiel hier irgendwo. Der Wandern der Weihnachtsbaum. Dazu nehmen wir noch ein Feuer für den Kamin. Dann das. So. Das Feuer tun wir dahin, wo es hingehört. In den Kamin. Und das kann man jetzt auch flackern lassen, das Feuer? Ja, na sicher. Das ist kein Problem. Dazu gehe ich also mit der Maus wieder nach oben. Wähle wieder an. Die Color-Kontrolle. So. Und wähle mir an, von dem Rot, die beiden Farben, die das Feuer hat, bis zu dem Gelb. Da möchte ich rotieren lassen. Drücke eine Taste. Ah, sieht da, sieht da. Und schon flackert das Feuer. Und draußen schneit es noch herrlich. Das Bild ist jetzt also von der Kamera direkt aufgenommen worden, in den Computer übernommen, digitalisiert. Und diese Bilder kann ich jetzt mittels der Luxe-Paint zum Beispiel verfremden. Ich nehme mir jetzt das Ohr raus. Man sieht, das habe ich also jetzt als Pinsel. Das ist für Chirurgen optimal. Ja, so. Das kann ich jetzt auseinanderziehen. Setze das dem wieder dran. Sieht ja aus wie Prinz Charles. Ich sage ja für Chirurgen. So. Jetzt drehen wir das Ganze um 90 Grad, um 80 Grad. Du kannst einfach das Ohr jetzt rumdrehen. Jawohl. Das ist ja lustig. So. Dem Kerl setzen wir das Ohr jetzt einfach wieder dran. Für Chirurgen. Ja, sieht doch schick aus, oder? Wie kommt denn überhaupt die tolle grafische Auflösung da zustande? Das sind also 320 mal 200 Bildpunkte in 32 Farben. Das ist also die geringste Auflösung des Amigas. Außerdem kann ich jetzt aus völlig anderen Bildern einfach Objekte reinsetzen. Futuristische Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume in der Raumkanzel. Das ist schon toll. Natürlich ist eine Maschine wie der Amiga auch geeignet, gerade wegen der Farb- und Tonmöglichkeiten, obwohl seine Hauptanwendung nicht auf dem Gebiet liegt, Spiele zu machen. Ich glaube, dass viele professionelle Programmierer ab und zu auch mal gern so ein Spiel nebenbei machen. Ja, sicherlich. Und der Geschäftsmann, der also abends dann vielleicht auf seinem Personalcomputer gerne mal spielt. Dafür finde ich es interessant, jetzt mal einen Vergleich zu haben. Ein Spiel, das es auf dem C64 gibt, jetzt mal auf dem Amiga zu sehen. Ja, das ist also jetzt hier Archon. Das lebende Schach. Das lebende Schach, jawohl. Wo man also gegen die Figuren, gegen die man hier anzieht, kämpfen muss. Ein sehr unfairer Kampf in dem Fall. Und hier haben wir mal eine Sache Basketball, sozusagen live. Denn wenn man sich den Ton anhört, stellt man also fest, der ist aus einer Halle, aus einer Basketballhalle wohl aufgenommen und wird jetzt hier naturgetreu wiedergegeben. Und da gibt es ja auch so den Kampf, dass man sagt, also jemand, der Anwenderprogramme macht, der will eigentlich nicht spielen, sagt man. Aber ich glaube eigentlich, dass jemand, der Anwenderprogramme macht, sicherlich auch gern mal zwischendurch mal so ein Spiel, wie zum Beispiel Archon oder Basketball, reinzieht. Na sicher, die Geschäftsleute, die den ganzen Tag meinetwegen ihre Texte oder ihre Daten da machen, die wollen natürlich auch mal am Abend schön was spielen. Dazu ist der Amiga natürlich auch geeignet. Ja, das Interessante ist ja, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, dass viele Programmierer ja mit Spielen angefangen haben. Die haben ja erst mal Spiele programmiert. Ja, sicherlich, sicherlich, genau. Und natürlich ist die, gerade wie gesagt, wegen Grafik und Ton der Rechner auch zum Spielen geeignet, aber das ist eben nicht der eigentliche Sinn. Die Grafik zum Beispiel ist halt dafür auch sehr gut geeignet, um den Rechner benutzerfreundlich zu machen. Und das können wir uns angucken mal in der Workbench, in dem Arbeitstisch. Ich kann mich also hier in diesem Arbeitstisch mit der Maus wieder mit dem Pfeil bewegen, nach oben, unten, links und rechts. Kann durch das Anklicken einfach eines Programmsymbols ein Fenster öffnen. Stretch-Uhr. Das auseinanderziehen, jawohl, als Stretch-Uhr. Oder wieder zusammenschieben. So, den tun wir dann irgendwo mal hin, wo sie uns gerade passt. Ich klicke mal das Fenster weg, das brauche ich nicht mehr. Mache ein neues Programmfenster auf. Ja, da ist nichts drin, also machen wir es gleich wieder zu. Dann habe ich außerdem wieder in der Kopfzeite diese Menüs, über die ich hier verschiedene Sachen anwählen kann. Außerdem soll der Amiga ja sogar sprechen können. Das ist hier gleich mal einfach zu zeigen. So, da können wir natürlich die Parameter ändern, zum Beispiel die Tonhöhe. Gibt es auch eine weibliche Stimme? Ja, sicher ist es auch möglich. Ich kann alles einstellen, wie ich das haben möchte. Wir machen mal ein Gesicht dazu. Computer Corner mit Median Glass. Und Musik kann man machen. Mit dem Programm Musicraft hier setze ich einfach mal die Noten wiederum über die Maus und spiele das. Oder ich schreibe auch mal was Fertiges an. Das ist eigentlich vom Original kaum noch zu unterscheiden oder gar nicht mehr. Und kann ich dann selbst noch ein Instrument auch dazu aufnehmen? Ja, sicherlich. Diese Instrumente, die hier aufgenommen wurden, die sind alle mit dem Mikrofon aufgenommen, im Computer abgespeichert und ich kann die dann einfach auf Wunsch laden in den Computer und kann damit Musik machen. Eine Frage habe ich noch und zwar das Multitasking. Das ist ja so ein Zauberwort, was da rumgeistet. Was versteckt sich denn dahinter? Was ist beim Amiga das Multitasking? Multitasking heißt also, dass ich mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen kann, wovon immer ein Programm im Vordergrund ist und die anderen im Hintergrund ablaufen. Beispielsweise, wenn ich Serienbrief ausdrucke, so 200, 500 Stück, das dauern dann eine ganze Weile und anstatt dann in der Zeit gar nichts tun zu können, kann ich in der Zeit mit einem anderen Programm weiterarbeiten. Also können wir zum Beispiel sagen, wenn eine Schülerzeitung, die ein glücklicher Besitzer von so einem Amiga wäre, die könnten die eine Seite im Layout quasi ausdrucken lassen und schon die nächste Seite vorbereiten? Ja sicher, das ist durchaus möglich. Ich kann verschiedene Programme laufen lassen und im Prinzip weiß kein Programm von dem anderen, was da noch läuft. Jedes Programm denkt, es würde allein im Rechner laufen, sodass ich also die Möglichkeit habe, diverse Programme gleichzeitig laufen zu lassen. Jeweils eins im Vordergrund, das ich also auch bediene und eins oder mehrere im Hintergrund. Die Programme können sich gegenseitig Daten austauschen und so weiter. Das ist also sehr hoch. Und so ein professionelles Programm haben Sie uns ja auch mitgebracht. Ja sicher, wir haben hier eine Textverarbeitung und gerade in dieser Textverarbeitung zum Beispiel wird auch wieder der Bediener unterstützt mit der Maus. Das ist also eine sehr praktische Sache. Ich kann mich im Text hier bewegen zum Beispiel mit der Maus. Und ich habe auch wieder diese Menüs zum Runterziehen hier, kann mir da aussuchen, zum Beispiel die Schriftarten oder verschiedene Extras. Und habe hier die Symbole, die einzelnen. Und diese Symbole kann ich also auch wieder direkt anwählen und kann damit Operationen auslösen. Prima. Vielen Dank für die Information. Das war jetzt eine ganze Menge, was wir vom Amiga erfahren haben. Ist natürlich nicht alles. Wer auch von euch Interesse hat, noch mehr Informationen über diesen Rechner zu bekommen, kann an uns schreiben. Legt bitte 80 Pfennig Rückportal dabei und einen Rückumschlag, dann bekommt ihr von uns Antwort. So, jetzt zurück zu Biggie. Vielen Dank, ihr zwei. Es war schon eine schöne Demonstration. Vielleicht sollte man noch sagen, dass das Gerät jetzt im Frühjahr auf dem Markt erscheint. Die Firma Areola Soft hat auf dem Amiga schon einige Programme geschrieben. Eines möchte ich euch nochmal kurz vorstellen. Es heißt Seven Cities of Gold. Es spielt so in der Zeit der kühnen spanischen Eroberer und ihr seid ein Abenteuerlustiger. Ihr seid voll ausgerüstet und sollt die großen Gebiete Nord- und Südamerikas erobern mit ihren wirklich großen Schätzen. Und wir schauen uns jetzt gleich dazu mal ein paar Bilder an. Nicht von ungefähr beginnt dieses Entdeckerspiel Ende des 15. Jahrhunderts, in dem, wie ihr wisst, Amerika entdeckt wurde. Und unser kleiner Seefahrer besteigt also sein Schiff und macht sich auf die große Reise. Der Vorrat an Verpflegung wird wochenweise aufgebraucht und angezeigt und ist selbstverständlich auch zu ergänzen. Das sehen wir jetzt gerade. An Land angekommen hat man nun zu entscheiden, wie viele Leute der Mannschaft mit auf die Expedition gehen. Danach verlässt man das Schiff, gibt sich auf die Suche nach eingeborenen Dörfern. Durch die Bewohner kann man durch geschicktes Daktieren und Verhandeln mit dem Häuptling Schätze oder zumindest Verpflegung erhalten. Allerdings muss man auch darauf gefasst sein, nicht immer freundlich empfangen zu werden. Jetzt machen wir uns gleich auf die nächste Reise. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass man alle wichtigen geografischen Punkte Nord- und Südamerikas vorfindet. Ebenso verhält es sich mit den Volkstämmen der damaligen Zeit. Und so begegnet man alten Kulturen wie denen der Inkas und Azteken, die bekanntlich ja immense Goldschätze horteten. Jetzt begeben wir uns wieder an Land mit unserer Mannschaft, die wir ausgewählt haben. Wie viele Leute nehmen wir mit? Das reicht. So. Und mit dieser Mannschaft traben wir los. Auf das nächste Dorf zu. Und dort finden wir wieder Eingeborene. Diesmal sind sie ein bisschen netter. Vollständig beendet ist das Spiel erst, wenn die gesamte Karte Amerikas durchwandert wurde und alle großen Flüsse und Seen entdeckt worden sind. Jetzt begeben wir uns mal wieder heim. Eine Beförderung durch den spanischen König richtet sich danach, wie viel Gold man mit zurückbringt. Und je friedlicher dieses Ziel erreicht wird, desto höher fällt dann der Titel aus. Hier sehen wir mal, was er alles so da hat. Unser Eroberer. Jetzt wagt er sich in den Palast des Königs. Und der sagt, er ist ein lausiger Eroberer. Und das schmeckt ihm gar nicht. Also geht er jetzt in den nächsten Pub. Was er da macht, brauche ich euch gar nicht zu erzählen. Das war's. Heute mal rund um den Amiga in der nächsten Computer Corner zeigen wir euch den Bericht von der Verleihung der goldenen Diskette. Und bis dahin sage ich Tschüss. Und bis dahin sage ich Tschüss. Und bis dahin sage ich Tschüss.